Let's Multiplay diesmal kein Let's Play, sondern ein kleines Tutorial. Und zwar haben uns viele gefragt, wie man denn am besten beim Landwirtschafts- oder beim Landwirtschafts- oder beim Landwirtschafts- oder 2015 an ein bisschen Geld reinkommt. Und ja, das möchte ich euch jetzt in dem folgenden Video einmal kurz zeigen. So, wo findet man überhaupt Daten zum Save-Gamer im Landwirtschafts- oder 2015? Das ist relativ einfach erklärt. Wir sind hier im Bibliotheken-Ordner. Das ist jetzt in dem Fall die Festplatte C. Dann Users, in dem Fall Florian, weil ich Florian heiße. Documents, das sind hier in dem Fall die Dokumente. Und wir haben hier unten My Games. Und dort gibt es den Ordner Farming Simulator 2015. Da einmal rein. Dann sehen wir hier schon den Ordner Save-Game 1. So, je nachdem, welches Save-Game ihr gerade spielt, müsst ihr natürlich das Save-Game entsprechend anpassen. Dort läuft ein Doppelklick drauf. Und wir haben dann in dem Fall hier den Punkt Carrier-Save-Game.xml. Wenn ihr das Ganze habt, macht ihr den rechten Mausklick drauf auf die Datei, sagt entweder bearbeiten. Das ist die eine Option, dann öffnet sich so ein Fenster hier vom Text-Editor. Wenn ihr es einfacher haben wollt, empfehle ich euch ein Programm zu nutzen, das heißt Notepad++. Damit könnt ihr auch einfach rechte Mausklick drauf auf das Save-Game und dann Edit-With-Notepad++. So, dann sind wir hier im Save-Game drin. Wir haben dann hier gleich in der zweiten Zeile die entscheidende, wichtige Zeile. Und zwar scrollt ihr hier ein bisschen rüber und habt dann hier den Punkt Money. So, relativ einfach. Ihr sagt dann einfach, um es einfacher zu machen, zum Beispiel, könnt ihr mit Steuerung F, die drückt unten links Steuerung und die Taste F, sucht ihr einfach nach Money. So, und schon springt er zum Punkt. Mal mehr auf Weiter suchen klicken und dann findet er das Ganze. So, und da können wir jetzt jede, na, jetzt bin ich einmal verrutscht. Money. So, dort können wir jetzt jede beliebe Zahl eintragen. Zum Beispiel, wenn wir eine Million haben wollen, was wenn ihr ein bisschen, in Anführungszeichen, cheaten wollt, ein bisschen ausprobieren wollt, ein bisschen wenig ist, dementsprechend macht ihr 10 und dann drückt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die 0. So, dann habt ihr 10 Millionen. Das Ganze machen wir jetzt hier oben mit Speichern und schon ist das Save-Game gespeichert. Wichtig ist, dass ihr dabei natürlich nicht in-game seid, sondern das Ganze macht, bevor ihr das Spiel startet. Das macht natürlich Sinn. So, ja, entsprechend haben wir jetzt 10 Millionen auf unserem Konto beim Save-Game 1. Anders genauso ist Half-Game 2. Carrier Save-Game added with Notepad. Natürlich klar. Und dann suchen wir nach Money und sehen hier, das ist der Spielstand, den ich jetzt so aktiv spiele, auf dem ich nicht gechillt habe. Das heißt, dort sind jetzt 824.736 Euro drauf. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen dazu habt, ich poste den Link zu Notepad++ on the Mount in der Beschreibung rein des Videos. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat oder das Video gefallen hat, schenkt uns ein Like. Da freuen wir uns sehr drüber, immer wieder. Und falls ihr uns nicht abonniert habt, abonniert uns gerne. Und ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt zum Game oder auch zu anderen Games, schreibt es einfach in die Kommentare an. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Sagt, let's multiplay.